Heinz! So what's in Donnerware, oder? Alles was du hast? Nein, ich hab die Kohle nicht, sie ist bei mir zu Hause! Nein, nein, wir haben es verraten, um 20 Uhr. Hallo, hier ist Helmut. Ich wurde gerade erpresst. Kommen Sie um 23 Uhr. Schnell! Keine Sorge, wir sind um 23 Uhr da. Hallo, hier sind wir. Gib mir sofort das Geld. Ich hab die 7.000 Euro hier. Nimm die Kohle und haut ab. Kendo, hol die Zahl, es ist umstellt. Schalte. Mitkommen und stillhalten. Ja, ich hab meine 7.000 Euro und endlich sind die Gangster weg. Ein Glück. Ja, es ist alles gut gegangen. Es hat alles ein gutes Ende gegangen. 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.